Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen in München ist im September auf 36.216 zurückgegangen. Das entspricht 3,4 Prozent der Münchner Erwerbspersonen. Im August waren noch 37.529 Menschen ohne Arbeit. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mit. Demnach gab es im September 2018 1.313 Jobsuchende weniger als noch im Vormonat.